Das St. Pöltener Traditionsziegelwerk Nicoloso wurde beauftragt, um aus Erde und Feuer etwas für die Ewigkeit zu schaffen. Damit wir St. PöltenerInnen gemeinsam an einem neuen Wahrzeichen bauen. Gebrannt in den Flammen eines Ziegelofens entsteht der Ziegel des St. Pöltener Windfängers. Erwirb dir ein Stück St. Pölten und verewige dich am neuen Tor zur verkehrsberuhigten Innenstadt. Untertitelung des ZDF, 2020